Das kann nicht sein... So... 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 Leck mich doch am Arsch! Warum gehst du nicht, K.O., du... Jetzt geht's mehr rum... Jetzt ist er down, mein Gott endlich, ey! Komm her! Der ging schön durch den Kopf, ja! Hier geht die Munition aus! Das Problem ist einfach gerade... Das sehe ich jetzt... Ja, das Problem, ich kann ja nichts... Weil mir glaube ich in der Frequenz gerade abgebrochen... Ja, geil! Ich kack mich gerade alle an, dass ich jetzt nicht weiterkomme! Ich muss, glaube ich... Ich muss wahrscheinlich noch einen Tick zurücksetzen... So, habe ich jetzt was... Ah, fuck you, ey! Ich... Ja, bitte! Zeit zu verschwenden! Ach, der setzt die nur rein! Der setzt die bewusst nur rein! Okay, dann muss ich, warte mal, ein Spiel laden! Ja, bitte! Fast keine Kugel mehr! So, wo muss ich jetzt hin? Okay, wir müssen tatsächlich wirklich nur wirklich hier raus! Weil, der setzt die wirklich nur rein! Ich dachte, der... Prägt die zum Explodieren! Ah ja, ist klar! Ah ja, ist klar! Ja, wirklich nein! Nachdenken! 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 Vielen Dank. So, dann krieg ich die aus der Wicke mit dem Schauschütz. Damit hat er nicht gerechnet, Kollege. So, dann krieg ich die aus der Wicke mit dem Schauschütz. So, dann krieg ich die aus der Wicke. 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 Ja, ist klar. Ich krieg's aber gerade nicht hin. So, sieht doch schon ein bisschen nahes aus. So. So. Das hier wird sehr nützlich sein. Na, ist klar. Das ist klar. So, muss ich die jetzt irgendwie versuchen, uns das entfernen zu holen? Fast keine Kugeln mehr. So gerade noch. So. 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 Das ist gut. Schätze, ich habe alles eingesammelt. Ich muss jetzt auch noch einen Winkel rein. Ich muss jetzt noch einen Winkel rein. Ich muss jetzt noch einen Winkel rein. Ich muss jetzt noch einen Winkel rein. Ich habe Glück gehabt, ob ich jetzt gerade die Rucksack-Metisierung getroffen habe. Und dann war das kein Bug in dem Spiel, sondern einfach wirklich so. Und tschüss, das Geschütz geht einmal kurz am Bergab. Oh Gott sei Dank, dann war das kein Bug in dem Spiel, sondern einfach nur... Wir müssen einfach nur den richtigen Winkel treffen. So, dann war es das auch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play. Wir haben lange gebraucht. Ja, wir haben sie ja lange gebraucht, diese Mission. Aber wir haben es geschafft. Wollen wir sehen. Level 5. So. In der nächsten Teil sehen wir uns in der nächsten Folge an. Morgen um 20 Uhr. Bis dahin. Und tschüss.